Okay Mir ist nicht klar Was gerade mit uns passiert ist Und warum wir gerade eben wie das Monster ausgesehen haben Das ist auf jeden Fall der Sohne, Mann Hey Adam Alles okay bei dir? Er ist der Virus, oder? A Host? Ich glaube das ist mir zu sein Ja Die Monster's Mind ist isoliert Detach von der Grimm Es ist der einzige Ort, wo ich kann hide Fortress, wo das Virus nicht kann, kann man sich penetre Ich sage, ich werde dich in Dann was? Oh, es ist unglaublich Unsere Minds werden sich verändern Merge? Ja. Es könnte so wunderschön sein, aber unsere Minds sind ein bisschen verbunden. Wir sind in uns. Entschuldigung, du hast mich verloren. Wir sind verletzt. Deine Verzüge ist bei einem Schraub, Dad. Aber ich kann dir helfen, dich zu kontrollieren. Wir können uns helfen. Da muss ich einen anderen Weg sein. Da ist es nicht. Es ist für dich. Wir können uns beide wiederholen. Wir wollen mich zu sterben und weitergehen mit diesem Weaker-Dream von Existenz. Either way, wir sind heute Abend. Wir werden weaker von der Zeit. Soon, wir werden nicht mehr in die Verbindung. ... Was auch immer sein wird. Ich vermute, es ist unser Sohn. Und deswegen... Wie gesagt, ich vermute... Wie gesagt, ich vermute... ... Wir haben die ersten Schritte nach dem Embraten, um unsere Chance zu bekommen, um unsere Chance zu werden. Es ist noch mehr zu tun. Apartment 104. Mach es schnell. Du... ...kulled dich selbst. Eine Iteration zwischen mir. Iteration? Dann, was bist du? Ich bin Adam. Das ist richtig. Welcher? Der einzige. Ich töte ihn. Der echte Adam. Der echte Adam? Er töte Ziele. Iteration nach Iteration. Leid zu Waste, in pursuit of his grand design. Da hat er recht. Finde ich zu müssen. Du bist total unreal. Er war mein Sohn. Ich bin dein Sohn. So, was wenn er das reale Körper hatte? Du bist eine Version von mir, die dich liefst. Als ob das alles erinnert hat. Ich bin dein Sohn. Ich bin dein Sohn. Ich bin dein Sohn. Ja. Ich bin dein Sohn. Warum? 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 Ich bin dein Sohn. Mit der Lage. Das Virus war. Adam hat es bloß. Er wusste, wie gefährdet du bist. Vielleicht... Maybe... Maybe er hat sich erklärt. Er hat ihn aufgewachsen. Er hat einen höheren Welten. Er hat sich, in der Gefahr. Der Splicer war über meine Hände. Du sendest ihn. Er hat es nicht gesagt. Es war niemals zu gehen nach dir. Aber die Drogs und Paranoia haben sich übergebracht. Nachdem dann... Er war voll auf Ferdinand. Der Geist ist nicht der Toil. Der Geist kommt von den Observer. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kylo. They would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you want. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. So what the hell makes you better? You was driven by hatred. Obsessed with the idea of not becoming you. You never came to understand. But I did. Just help me out, man. You're losing me. World freaks of nurture, Dad. Your choices. Your mistakes. They were all unavoidable. You can't blame us for what we are. I'm tired. Let's get this over. Very well. If you think you're ready to make your choice. You want your son to die? What will you say to me? Das ist eine gute Frage. Was würde man machen? Egal, was Adam jetzt gemacht hat und was nicht. Ist ja das, was wir da vor uns sehen, der Rest von Adam. Der Rest von unserem Sohn. Alles, was noch übrig ist. Den Körper kann man begraben, ja. So ein bisschen die Frage nach dem ewigen Leben, ne. So ein bisschen ist es das. Auch wenn das Ding tatsächlich nicht besonders schön aussieht. Und eigentlich ist es, ist es der Virus. Und der Virus wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich uns übernehmen. Wenn der mit uns verschmilzt, war es das für uns. Als hätte ich jemanden mit so einem Augen, würde ich gerne zurückweisen. Ich kann nicht glauben, dass es nicht ein Teil von Adam leften ist. Er ist ein Teil von dir. Das ist wahr. Ich werde nicht dich sterben. Ich mache meine Kommerung und versuche ich meine Worte. Danke, Vater. Danke, Vater. Ach. Aber warum? Warum? Ich sag ja, das war's mit uns. Der Sonne wird bald kommen. Wir werden sehen uns wieder einmal. Oh, das ist es. Wir haben immer noch mehr Zeit. Wir haben immer noch Zeit. The Prodigal Son Bloodetine Ich bin Ich war jetzt tatsächlich vom Ende in diesem Fall von diesen drei Auswahlmöglichkeiten allerdings ein bisschen überrascht Ich frage mich, hätte ich was anders geklickt wäre was anderes passiert, ich kann es mir kaum vorstellen Ich vermute unser Sohn oder das was von ihm übrig ist oder diese Art Virus hätte uns eh nicht mehr gelassen Wir hätten quasi vorher schon ablehnen müssen Aber die Frage ist, hätte das was gebracht? Hätten wir das abgelehnt? Der hat uns doch eh schon im Sack gehabt Wir waren doch eh schon fest verankert mit ihm Ich glaube, dass wir gar nichts mehr geworden Ich glaube, da war der Weg tatsächlich vorgezeichnet und klar Das ist meine Meinung Ich bin ganz froh, dass es doch nicht ganz so extrem extrem gruselig war Es ging Es war auszuhalten Mir ging es ganz gut dabei Ich hoffe dir auch Ich lehne mich jetzt mal für den Moment zurück und gucke mir mal den Abspann ab äh an den Abspann an natürlich Und ja, wir hören uns gleich nochmal Ich bin ganz froh, dass es doch nicht ganz so extrem ist Das ist übrigens die Welt bei der Musik. Die habe ich ein bisschen vermisst zwischendurch. Genau, das ist es aber. Das ist es. Das ist es. Observer. Das war es jetzt schon. Ja, krass. Das ist ein Ding. Das ist einfach vorbei. Das Dumme ist, jetzt werden wir nicht erfahren, was jetzt am Ende gewesen wäre, wenn. Was hätte passieren können? Es ist doch immer dasselbe. Wow, das sind die ganzen Sammlerobjekte und wir haben tatsächlich super wenig gefunden. Kann das mal sein. Was sind das für Leute? 18 von 69. Wir haben so viel vergessen. Das ist der Dealer. Sebastian Dütschmal. Neural Interface Engineer. Männlich. Citizen Class. C. Bleiben alle an dieser Nanophage. Das ist wahrscheinlich... Ah, guck mal, steht oben. Sie steht immer da. 18, 69. Vielleicht haben wir doch alles gefunden. Ich habe keine Ahnung. Sieht echt fies aus. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das die... Sind das Leute, die mit der Spielentwicklung zu tun hatten? Das wäre natürlich ziemlich geil. Junges Team auf jeden Fall. 26, 30. Verdammt, was haben wir ganz vorne gehabt? Ne, 111, das kann nicht sein. Okay, vielleicht... Vielleicht ist es doch nicht das Team. Ich weiß es nicht. 111. Alter Vater, ey. Free Chem Service Techniker Damian Milasch. Ready for Disposal. Raphael Olicki. Der sieht geil aus irgendwie. Sehr männlich. Ein schöner Bart und geile Haare. Ob ich nicht meine Haare gerade wieder wachsen lasse, aber so werde ich nie aussehen. Niemals. Meine Haare sind so eigenartig. Naja. Jacek Zeva. Freelance Enforcer. Simon Erdmanski. Freelance Confessor. Gregor Simok. Elektrikan. Das ist ein krasser Name. Przemyslav Szyplicki. Vermutlich. Anemployed Arbeitslos. Oh, Michael Kroll. Die haben wir alle schon mal gesehen. Haben wir alles eingesammelt. Katharina Ciszynska. Das ist ein krasser Name. Arkadius. Passt? Pasternak. Oh, das ist Miss Pasternak. Das kenne ich eigentlich nur von Two and a Half Men. Nein. Da gab es auch eine Miss Pasternak. Die wurde, glaube ich, in der Folge sogar gegen, oder ausgetauscht gegen eine andere Schauspielerin. Wenn die bin ich aber. Marek Sigula. Cardi da. Piotr Miezwa. Christoph Marek. Dominika Schirrlok. Gutes Bild eigentlich wahr. Also die Bilder sind ziemlich geil. Ich will auch sowas. Also ich will keine Nanophagen haben oder so. Aber das sieht schon geil aus. Haben sie geil verändert. Bartosz. Stachura. Taxi Driver. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Hier hätte vermutlich noch viel mehr finden können. Achso. Warte mal. Vielleicht heißt das. Wir haben tatsächlich 18 nur von 69 gefunden. Und ich dachte eigentlich, wir hätten uns gut umgeguckt. Ohne Schmuh jetzt. Scheibenkleister. Okay. Krass. Wir haben super wenig gefunden. Achso. War an. Siehste. Glück gehabt. Ja. Ganz ehrlich. Wie gesagt. Das Ende fand ich jetzt doch ein bisschen überraschend. Muss ich sagen. Hat mich etwas überrascht. Zum Teil zumindest. Aber krasse Vorstellung. Was wäre wohl passiert, hätten wir ihm abgesagt. Naja. Ich bin der Meinung, der hätte uns sowieso am Arsch gehabt. Wie gesagt. Wir waren mit ihm verbunden. Aufs. Allerinnerste. Wir waren im Chor sozusagen. Des ganzen Systems. Und. Ja. Und eine Sekunde davon entfernt. Die Frage ist nur, warum wir uns überhaupt die Frage stellen. Ob wir das wollen oder nicht. Was hätte das geändert? Hätten wir Nein gesagt. Vor allem. Was hätte das geändert? Die letzten drei Fragen, die da waren. Was wäre da passiert? Verdammt nochmal. Das würde ich gerne wissen. Das wäre noch eine der Sachen. Gibt es ein anderes Ende? Und weißt du was? Ich spiele ja nicht nochmal hin. Aber ich gucke mal auf YouTube. Da wird es doch irgendwo was geben. Wo man sich sowas mal angucken kann. Um das zumindest mal so ein bisschen aufzuklären. hei, 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 hei. Ein krasser Scheiß. Tolles Spiel. Ich habe es sehr gemocht. Ich habe leider ein paar Neufe gebraucht. Ich konnte es nicht durchspielen. Natürlich, weil ich immer relativ wenig Zeit habe. Aber dafür ging es ganz gut. Also man war irgendwie trotzdem. Trotzdem auch, wenn man mal so zwei, drei Tage Pause hatte und nicht dabei war, war man irgendwie ganz gut noch im Spiel drin und ist nicht sofort rausgeflogen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, geiles Ding. Ich hätte mir ein bisschen mehr Welt, also ein bisschen mehr Umwelt gewünscht, also so, wo man rumlaufen konnte. Ich hatte so die große Hoffnung, dass das so ein Blade Runner Ding wird irgendwie. Aber es ist es natürlich auch auf irgendeine Art und Weise. Aber in dem Fall war das einzige Mal, wo man sich so ein bisschen frei fühlte. Das Spiel war eigentlich ganz am Anfang, wo du im Taxi gesessen hast, guckst raus, siehst diese geile Welt. Das war auch der Grund eigentlich, warum ich das Spiel sofort haben wollte, weil es sah aus wie Blade Runner und ich wollte auf so ein Taxi aussteigen am liebsten und in der Welt rumlaufen, in dieser dunklen, gruseligen Welt von Blade Runner. Tja, und dann sind wir nur ins Haus reingekommen und eigentlich haben wir uns wirklich viel in dem Haus rumbetrieben. Haben mit Nachbarn gesprochen, waren viel im Keller unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, wir haben wahrscheinlich, ich glaube, wir haben nicht alle Nebenmissionen gemacht. Da gab es noch so ein, zwei Dinger oder irgendwo war da noch eine Zahlenkombination, die man hätte eingeben können. Ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alle erwischt habe. Aber ich bin mir sicher, dass ich mir Mühe gegeben habe. Das habe ich auf jeden Fall. Und ich habe auch versucht, wirklich in alle Ecken reinzugucken. Ja, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch so ein paar Fotos zum Beispiel rumgelegen haben an den Stellen, wo man von den Viechern wegrennen musste. Zum Beispiel wie in dem komischen Büro drin. Das war wahrscheinlich ein guter Punkt dafür. Da gäbe es vielleicht einen Mülleimer, den man hätte öffnen können und da drin waren dann noch ein paar Fotos versteckt oder sonst irgendwas. Eine andere Variante wäre natürlich fies, wo wir jetzt am Ende gejagt wurden von dem fiesen Monsterviech da mit der großen, dicken Hand. Keine Ahnung, da gab es zwischen noch ein paar Klappen, die wir auch nicht aufgemacht haben. Ich meine, wir waren auch in dem einen Raum, weißt du noch, wo wir reingegangen sind, wo wir die Stecker rausgezogen haben? Aber dahinter war nichts, außer da waren zwei Monitore und sonst doch nichts. Oder habe ich mich etwa nicht genau genug umgeschaut? Das kann natürlich auch sein. Tja, so oder so. Ich weiß es nicht. Trotzdem volles geiles Spiel. Atmosphärisch super gut gelungen. Und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, so ein Spiel mit so einer Art Open-World-Charakter. Muss nicht mal Open-World sein, aber so groß, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann in der Stadt rumlaufen und verschiedene Aufträge annehmen. Also wie gesagt, so ein Blade Runner-Ding. Gibt es sowas nicht schon? Wahrscheinlich nicht aktuell. Ich könnte mich an keinen Namen erinnern, an keinen Spielnamen, der sowas irgendwie bedienen würde, so ein Charakterspiel. Tja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich muss jetzt noch, ich weiß nicht, was habe ich noch zu spielen eigentlich? Ich glaube, Fallout 4 wäre jetzt noch dran. Vielleicht nochmal zwei, drei Folgen aufnehmen, denn die laufen langsam nämlich auch aus. Und dann muss ich mal gucken, was ich Neues spiele. Wird langsam eng. Auf jeden Fall krasser Scheiß. Also es flasht ganz schön, das Spiel sollte man auf jeden Fall spielen. Wenn du Lust bekommen hast, das zu spielen in der Zeit, wo ich das jetzt mal gezeigt habe, dann kauf es dir. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schön die Kopfhörer auf, schön laut und dann geht es ab. Echt ein geiles Ding. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das. Ich sage dir, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast und wenn mir dieses Spiel geschaut hast, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du auch zukünftig wieder mit dabei bist und vielleicht das eine oder andere Display anschaust. Ja, ansonsten fällt mir da eigentlich nicht mehr viel ein zu sagen, außer zu sagen, vielen Dank. Halt die Ohren steif und bis bald. Bis zum nächsten Display. Halt die Ohren steif. Bis gleich. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ich trinke jetzt ein Bier. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Tschüss.